Moin Leute! Es fliegt immer so eine Jet-Formation über den Himmel. Habt ihr es gesehen? Da schon wieder. Da. Hä? Cool. Was auch immer das soll. Okay. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Zum Jet wieder. Was ist das denn? Ich flieg trotzdem zum Jet. Oh ne. Da hab ich auch nicht drauf geachtet. Oder ihr geht ver... Ach so. Bei Nuketown ist auch ein Jet. Oh man. Oh da ist ein Jet, Bro. Ja. Sonst hätte ich gesagt, verladet doch einen Jigihon. Hehehehe. Mein Jet hat einen Leck. Oh da kommt einer runter. Wenn ich jetzt hier bei euch runter komme, bin ich mir sicher. Oh ja, der kommt zu mir. Ich hab ihn. Sauber. Okay. Okay. Ich hab auch noch einen anderen eigentlich gemeint. Der schuld bei mir rum. Okay. Bei mir ist ne Sniper. Danke, nein. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Bei mir sind Schüsse. Ah genau. Mein Neuwauf ist gar nicht mal so schlecht, es hat so eine schnelle MP. Ich bin hier beim Jet. Ohne 16. Ich loote noch mal eben. Hier ist noch ne Magazinerweiterung. Hier ist noch ne Waffe zum Ausprobieren jetzt. Ja, ich... Ich komm mal. Was du da gerade machen willst, ne? Ja. Wirst du mir jetzt die Sprache verschlagen, oder? Warum kann ich nicht? Oh. Oh, warte. Sorry, sorry. Ich hab euch auf stumm geschaltet. Also hab ich natürlich extra gemacht. Ja. Weil ich euer Gelaber nicht ertragen konnte. Jaja, klar. Macht mir das so. Aber ich kann nicht schießen. Doch, jetzt! Keine Ahnung, alter. Äh, da war noch die neue Woche. Falls ihr euch gesehen wollt, es hat nicht passiert. Ich versuche mal den Vogel hier zu landen. Ähm. Achso, du warst woanders abgesprungen. Jaja, ich war zum Jet abgesprungen. Jaja, ich war zum Jet abgesprungen. Okay, ich bin gelandet. Hier ist auch ein Jet. Kannst du jetzt schießen. Du kannst Raketen und Mg. Ja, ja, ich konnte jetzt gerade schießen. Ich hab auch... Ah, du hast aber nur 10 Schuss. Ja, also eigentlich echt... Also mit dem Ding umzugehen. Das ist heftig. Wow. Alter. Ich krieg das gar nicht hoch. Ja, ich hab meinen sicher gelandet. Den kriegt kein anderer. Das schwöre ich euch. Ich hab meinen sicher im Wasser versenkt. Du auch, ja? Haha. Dich auch, ey. Hä? Auf einmal ging es gleich ab. Ich wollte den eigentlich nicht weit hoch, aber der... die Nase ging immer runter. Ja, man muss öfter mal Gas geben, tatsächlich. Damit der stabil fliegt. Wir sind richtig dumm, ne? Wir sind richtig dumm. Zwei Jets, beide weg. Dich, mach jetzt hat er... Der wird jetzt mal ordentlich geputzt, hier, ne? Naja. Das Drecksteil. Ja, komm. Aber die von der S-Bahn, die Fenster sind immer zu. Von der Straßenbahn hier, ne? Dann gehen nur die Türen auf. Nur die Türen. Hallo. Moin. Kann ich einsteigen? Seid ihr schon zu dritt, Junge? Jetzt seid ihr gelähmt, oder was? Pies dich! Dir alleine. Jetzt sehen wir irgendwas anderes zum Fahren. Ich glaub, doch, hier ist einer. Hier, wo wir gerade sind. Ich hab mal drauf geschossen, in der Mitte. Der, der halt kaputt ist. Ja, genau. Ach, wir sind doch in der Zone. Ach, da ist ein Abwurf. Ja, okay. Holen wir uns. Ja, ja. Mach das mal ohne mich alles. Ja, es ist doch nur... Also, wir geben dir ja auch was ab. Wo ist denn nicht? Mhm. Ist es jetzt besser? Äh, ja. So hat es jetzt gesagt. Zurzeit fährt die U-Bahn nicht bei dir. Ich glaub, das sind 10 Minuten wieder. Alles rausgeiern. Zack. Arktik hab ich rausgeholt. Exer für dich Nuis. Das krieg ich bitte. Das ist die 1 sauer. Ha! Ich bin schneller, Bruder. Was soll ich machen? Ich hab den Lootfinger. Was soll ich tun? So. Wow. Ich hab hier noch ne Platte. Also, ich hab noch zwei gute Platten. Und jetzt noch die Arktik, Nils. So wie wir es abgemacht haben. Hä? Ja. Ich hab mir gar nichts abgemacht. Ja, hol dir doch mal die Platte. Oder du hast eine. Hab ich auch. Ja, dann. Ich hab mir alles doppelt. Wohin? Ähm. Ich hab einen Versorgungsabwurf. Da vorne oder hier hinten. Ich hab da vorne. Ich hab mir alles doppelt. Wohin? Ähm. Rauschen, dann deutlich. Ist Julia bei dir oder was? Ich hab hier rausgesaugen. Bei der ist auch heftig. So. Dann brauchen wir noch nen Clash-Upgrade, Leute. Alter, der bin ich extra weggeschoben, die 1. Jetzt soll ich gar nicht rankommen in den Abwurf. Wo liegt der eigentlich? Pizza. Die Pizza. Die Pizza. Wir machen jetzt das Auto kaputt von der 1 und hauen einfach ab. Hehehehe. Wow. Back hier nicht so rein, ey. Meine Hütte. Das ist meine Autogeldschirm hier, du. Komm, du schlitzagier rein. Digga, soll ich dein Auto reparieren, oder was? Boah. Sätt mich ein Throniker. Sätt mich ein Throniker. Sätt mich ein Throniker. Hätt ich aber nicht mehr Jodas. Ich hab aber da 1 drauf gehalten. So. Ja, ich bin doch da. Sätt mich aber auch getroffen. Hab ich extra gemacht. Sätt mal der 1 hinterher. Ja, der wird zum anderen. Versorgungsabwurf. Ich glaub wir sind in der Bot-Runde. Ne, hier sind null Gegner. Ist doch auch okay. Entspannt. Ja. War das echt der Gegner bei euch? Ne, bei mir war es ein Bot. Okay. Ja, schön. Ja, ich hab ihn weggehauen. Oh, sieht aber nice aus hier seine Karre. Guck dir das mal an. Nice one, nice one. Oh. Ja. Hm. 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 Oh. Oh, Lukas. Ja, gib's mir. Äh, Schüsse. Also. Das sind Bots. Ich brauch den noch Moni. Äh, die sind auch noch so viel. Hier gibt's wieder nix, ey. Ganz komplett knicken. Ich hab einfach den Kill-Up gestoppt. Nee, nee. War down. Ich glaub die Bots können nicht bin ich. Wie bewegen die sich denn? Oben ist noch einer. Oh. Oh. Ja, wir hatten jetzt gerade den Kill abgestoppt, bitte. Die Eins, Mann. Verpiss dich hier. Geh weg, Alter. Du bist so richtig dreckiger. Geh. Geh. Geh weg. Ich will mit dir nix zu tun haben. Wie der Tim. Ich geh mal zum Clash-Upgrade. Ich auch. Da muss ja Lukas erstmal schwer durchatmen. Die Zone kommt, wie ich weiß nicht. Ja, irgendwie dumm ist er eigentlich gerade. Mhm. Da wären Millionen mit dem Auto hingegangen. Bin gefahren. He. Ja, zum Auto gegangen und dann gefahren, ne? Hätte man machen sollen, aber die Zone kickt, Alter. Die Zone kickt immer. Die Zone kickt immer. Ja, Mann. Lukas, dein Geräuschpegel kickt. Lukas, holst du uns ab? Wärst du so nett? Oha. Bei mir ist... Ich mach dir mal auf... Ich beeil mich schon. Ich gebe Lukas mal entgegen. Aua. Aua. Tut so weh. Tut so weh. Bei mir ist ein Auto. Okay. An Tim. Ad Ninja. Wenn der mal... Direkt rechts. Zwei Stück. Zwei Stück. Ja, wir müssen... Haben die unser Auto jetzt genommen? Portal online. Wie beim Arzt, ne? Die haben unsere Autos abgezogen. Jo, wir sind tot, Alter. Alter. Lukas, warum hast du das nicht verhindert? Da oben läuft einer nicht. Geil, wir sind tot. Bringt aber auch nichts, weil... Aber jetzt ballern die uns schön aus der... Zone raus. Boah, ich sag nur, die S-Bahn kommt wieder. Wow. Wow. Ich bin sowas von begeistert. What the fuck. Alter. Ja, ich bin auch tot. Alter. Kann sein, muss nicht. Bots kommen und... Dann zwei Stück auf jeden Fall. Ach nein, kaputt. Sauber. Boah. Das wird aber heavy. Ja gut, ich hätte auch mit der Normalwaffe reinknöteln sollen. Alter. Kannst du mir vor, wenn ich den Lukas hock vom Geräusch pegel? Das ist echt krass. Er schafft es halt einfach. Was ist los mit dem? Oh, Gegner. Lukas ist unser Held. Ne, das ist der, der da rumcruncht. Wir müssen Lukas dann wiederholen, ne? Oh, perfekt. Der schafft es ja nicht mehr. Ne, wie sollen wir das schaffen? Boah. Oha. Wegen einer muss euch ja helfen. Riesig. 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 Das wird richtig eng. Das wird nichts mehr. Das schaffen wir nicht, Nils. Selbst mit dem Heli. Können wir dich holen? Ne, ne? Haben wir hier irgendwo ein Auto? Vielleicht hole ich dich mit dem Auto. Schaffe ich das? Guck mal. Riesig. Ja, Heli haben wir nicht. Ich hab hier... Scheiße, hier ist kein Auto. Doch, hier ist ein Quatsch. Ja, dann nimm und auf geht's. Fährst du? Ja, du hast ja auch Healing, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dann fahr du halt. Opfer nicht. Ich geh schon in Richtung Zone. Ja. Oh, da kommt noch einen Hulti-Mates, Nils. Kommt auch noch mal einer mit dem Auto. Okay. Schnell. Oh, du begaster. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Aber warum gibt es bei dir so schnell weg? Ey, Lukas muss halt sterben. Ja, die Eins, was macht er denn? Warum ist er denn jetzt da noch mit rein? So, komm. Oh, warte noch. Oh, sonst wird's vielleicht wieder bissle eng. Oh, muss Vollgas geben. Ja, das geht. Oh ja, du hast ja nicht mehr so viel Heilung. Oh ja. Mhm, mhm, 31. Ey, da, wir warten so. Komm, wir fahren erst mal mit Spiels. Sicherer. Ja, bis jetzt ist relativ safe. Ich hab zwei Schöße gesehen, aber... Jetzt kommt der Typ, der hat seine Mates auch geholt. Wo ist denn? Wo ist denn? Das ist die Eins, ne? Der ist halt auch da. Nee, der andere. Der fährt das auch. Da, hinter. Ja, ja. Oh, jetzt. Loot. Ähm. Pass auf. Da kommt doch einer mit dem Snowboard hier. Wir müssen los. Zone. Die kickt jetzt. Aber wahnsinn, das war das Kick. Ey, wo ist denn die... Oh, fuck. Wir müssen weiter. Schon wieder einfach nicht drauf geachtet, ne? Oh. Zone, Zone. Die 1 war da schon Stress. Boah, jetzt, wir müssen rein. Jetzt sind wir weg. Ich hab Gas. Fährt er hin. Oh, das wird eng. Ich kann laufen. Junge! Fahr. Weil ist ja echt dumm. Mensch, fahr doch in die Zone, du faulidiot. Ohne Spaß. Äh, geil, Leute. Die dumm ist ja eigentlich. Nein! Die 1 ist down. Und Luis ist da in der Zone. Ja, weil der down gegen den Zaun gefahren ist. So ein Gas da. Ja. Hier, wo ich bin, sind überall Schüsse auf jeden Fall. Ist nicht so empfiehlt. Ich hab' ich das wahrscheinlich, oder? Ach, Mann! Schaffst du es noch in die Zone rein zu crouchen? Nee, ich hab' ich nicht. Ja, weil der dumm zu fahren war. Ja, weil der dumm zu fahren war. Das ist... Ach, so eine Scheißrunde. Fuck. Ich komm schon. Ja, weil der down gegen den scheiß Zaun gefahren ist, statt außen rum. Der ging nicht kaputt. Der war ja in der Betonwand. Ich hab mich jetzt in die Zone schaff. Ich komm' vielleicht ganz knapp ran. Bin jetzt beim Abwurf gleich. Ja, ich hab' ich mal falsch. Ja, jetzt überfährt er mich noch genau. Genau. So ein Arschloch, ey. Du schaffst es. Ach. Nee. Hä, von oben? Natürlich kann man auch nicht mehr wiederholen. Da sind zwei, drei Stück, aber die kämpfen, glaube ich, auch gerade gegeneinander. Bei mich hat der eine mit dem Auto, der hat mich dann noch weggehauen. Genau der. Ja. Sauber. Das war nice. Ich hab' mich nicht vorhin weggeholt. Oh shit. Nein. Ja. Wieder so eine Drecksrunde, ne, Leute. Alter. Gegen der scheiß Zone, Mann. Nächste Runde wird aber besser. Also, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein dickes Ehre an den Lukas, dass er uns geholt hat. Komm, die Eins kriegt er auch da. So. Die drei Mongos gegen die Zone. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist eine gute Überschrift. Die drei Mongos gegen die Zone. Wir machen, Zone kickt die Mongos. Zone kickt die Mongos, ja. Zone kickt auf Platz 3. Die drei Mongos gegen die Zone. Ne, das war gut. Die drei Musketiere. Mongostiere. Na, egal. Jetzt wird's. Ich geh auf jeden Fall jetzt offline. Ich muss noch essen. Haut rein, Leute.